Da ist einer. Du bist, du bist hier der Tote. Zeig dich. Feigling. Feigling, Feigling, komm raus da. Meine Fresse. Das war doof, jetzt zu reloaden, mein Freund. Und tschau. Das war nicht gut. Ich dachte nicht, dass er jetzt mit Raketen auf mich feuert. Okay. Okay, also nicht aufsteigen, einfach entkommen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Das war nicht. Oh, das ging aber leicht, den zu entkommen, okay. Das hätte ich nicht gedacht. So, die müssen wir nochmal mitnehmen hier. Oh, das war's. zwischen zwei öffentlichen Agencies und einem privaten Militia. Ich bin ein bisschen stresst. Okay, aber wir brauchen dich noch live, Mikey Boy. Ich meine, zumindest für heute. Unless natürlich du hast mir noch eine Überraschung. Huh? Vielleicht etwas mit einer unabhängigen Freundschaft? Ja, das war nicht genau Dave's fault. Nein! Nein, nein, er ist nur ein freundlicher Gesicht von einer korrupten öffentlichen Agencie, der sich um seine Karriere weiterentwickelt, mit einem unabhängig korrupten, und voll mit einer blöden Blöden-Lowren-Hood. Hör, Trevor, ich bin mir... Ich bin mir mir... Ich bin mir mir mir... Ich bin mir 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 mir... Ich bin mir mir mir... Ich bin mir... Was, Homie? Was hast du mir 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 mir? Dass du bist, in der dritte, oder dass du bist, und immer wird ein wertvolles Wettbewerb, der sich zu sein. Ja, was du denn da bist du zurück? Oh, du kennst warum. Ah, nein, nein, nein. Ein, letzte, gewaltig. Mhm. Und wenn es gut geht, aber... Guess was? Ich muss nicht ein kleines Wettbewerb in deinem Kopf, aber... Wenn es schlecht geht, dann ist es okay, auch. Weil dann, du und ich gehst zu hell. Und ich gehst zu spenden die ganze Zeit mit dir, tormenting dich. Ich glaube, es ist da. Ja, ich glaube, es ist. Lester, wir gehen. Auf der Sprache. Hey, das ist ich. Ich weiß, wie geht es. Es ist einfach fantastisch. Ich bin ein altes Freund. Wie gesagt, er hat mir gebraucht. Oh, wir sind alle Freunde jetzt. Ich glaube, ein Gruppe Hugs aus der Frage. Er will, uh, immer noch gehen auf der letzte Tour. Okay, wenn es so wie es geht, ich contactiere dich. Und erinnere mich, auf das, gentlemen. Wenn wir das abholen, wir machen, Historie. Sordid, nasty, braved, Historie. Aber Historie, trotzdem. Okay. Da, glücklich? Freude. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich weiß. Fliegenklatsche. Was auch immer eine Fliegenklatsche ist. Wieso blinkt da hinten was? Ach nein, wir müssen mit unserem Therapeuten reden. Na ja, gut, dann reden wir mit unserem Therapeuten. Haben wir wieder eine Familiensitzung vielleicht? Ist er reif mir kaputt? Hallo. Hallo. Howdy. Junge, wir bleiben auf deiner Straßenseite hier. Also, ich glaube, es hackt. Wir werden ein wenig, aber nicht. Hoi. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. Wo ist es denn? So. Wollen wir mal gucken. Familientherapie, Einzelsitzung? Was ist das jetzt hier? Was ist das hier? Was ist denn? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? wir haben zwei Dinge. Ich bin, ich bin ein gutes父. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Aber gleichzeitig, ich möchte das andere Sachen auch. Ich denke, du hast wirklich nicht gedacht, dass, indem du deine Therapie verabschiedst, du hast diese Verlapsen verabschiedet. Nein, ich habe das nicht gedacht. Also, Freund, was ist der Grund von Konflikten dieser Zeit? Das kommt von Gabe Olden. Du hast die Aufmerksamkeit, Doc. Es gibt keine größere Worte als Optimismus. Wo sind wir jetzt? Ah, heute ist es schwer zu halten, wer möchte mich in irgendein Moment töten. Drevers noch will ich meine Hübsche? Aber wir spielen gut, weil wir zusammen arbeiten. Die FIB? Sie wollen mich tot, weil ich sie nicht mehr benötig bin. Der Investor, der mich mit dem Studio verabschiedet hat. Er ist verabschied, weil ich es nicht verabschiedet habe für ihn. Aber die Frau und Kinder sind wieder unter dem Rücken. Also, vielleicht sind die Dinge gut. Ja, die Familie ist wichtig, Michael. Aber sicherzusteig, dass du sie da bist für die richtigen Gründe. Und das ist ein anderes Mal, Freund? Ich meine. Ja, ich habe gute Tage, Doc. Aber im Moment haben sie nur wirklich schlechtes Tage. Sie machen wirklich schlechtes Dinge. Siehst du, schützern die Leute. Sie sind sehr schützern, Michael. Ich mache alles, was ich kann, aber wir brauchen mehr Sessionen. Ich möchte gut sein, Doc. Ich bin wirklich gut. Aber dann bin ich wunderschön. Hm. Was anderes? Was... ...sexual? Na ja, ich bin ein guter Junge. Ich mache wirklich Progresso, Doc. Wir machen Progresso, Michael. Du hörst endlich an mich hören. Great. Der ist komisch, der Therapeut. Das ist... ... unglaubliche Dinge. Ich glaube nicht, dass ich so eine Barage von Denial, Selbstjustifikation und... ...vermögen Terror. Das Problem ist, Michael. Hier, können wir einfach eine kurze Fotos zusammenfassen? Cheese. Was ist das? Ich glaube wirklich, dass ich dich nicht mehr behandeln kann. Das Fakt ist... Ich bin in Liebe mit dir. Was machst du das? Das ist nicht wahr. Das ist gut. Was ist passiert? Nichts. Es ist einfach... Ich denke, dass du eine neue Therapistin brauchst. Und... Ich bin in die Stadt. Ich habe eine TV-Show. Ich werde mich bekannt. Ich werde mich bekannt. Ich werde mich bekannt. Ich denke, die Facken-Tail. All die Facken-Tail. Die Facken-Tail. Die Facken-Tail. Die Facken-Tail. Sie werden es genug machen. Du hast eine TV-Show. Du... Du... Es ist besser nicht zu denken, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht so, dass ich reale Namen oder irgendwas benutze. Ich bin wirklich diskret. Bis jetzt. Das ist so ein Witz. Jetzt müssen wir noch aufhalten, oder? Alter. Ist das nicht die Aufmerksamkeit, die du geschaut hast? Alter. 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 Ich hab mein Herz für dich! Und meine Wolle! Du! F***ing Head Trinker! Du willst nicht sein? Jeder will sein sein! Es ist ein Primal Urge! Oh! Oh! Gib mir dein Geld! So und jetzt sollen wir es mal weg hier! Was ein Therapeut! Ein Arsch! Hoch 10 hier, ey! Wie komm ich denn hier wieder raus? Oh! Oh! Good! Oh! Oh! Du hast es geschafft! Gut! Ich habe dich wieder wieder, Davey! Wieder wieder! Also, was sollst du für mich über Hanes, den Rest der FIB, den IAA, und alle anderen? Ja? Die Geschichte ist geschrieben von dem Leben, okay? Wir können die meisten auf den Agenten Sanchez Ich verstehe diese Geschichte richtig, und die Agenten und die Büro werden zurückgehen. Das Problem, das wir brauchen, ist Trevor. Trevor? Warum? Versuch Meriwether, Chinese Gangsters, General Insanity, und so weiter. Ich kann Steve spinnen, dass du kontrollierbar bist. Aber nicht Trevor. Steve? Er ist unser wunderte Hero gerade jetzt. Ich muss ihn aufzuhalten, calm ihn down. Just get me out! Hm, eigentlich... Wir sollen mal mit Franklin was machen. War doch Franklin, ne? Warum riechst du auch an komischen Sachen? Oh, der hat sogar noch ein D. Ah ne, D ist halt... Ja, das ist zu Hause. Warum sind wir nicht zu Hause? Nein, du solltest F auswählen. Junge. Dankeschön. Ach, warum sind wir mit dem Motorrad hier? Ach, Mann. Was soll ich mit dem Motorrad fahren will? Ha. Voll toll. Warum haben wir eigentlich so eine coole Karre? Wir haben das... Ich wollte das Auto nie... Den Motorrad nie haben. Ich werde das einfach nicht los. Ich würde es einfach nicht los. Leute, ich bin hier auf dem Motorrad, ne? Fahrt mal ein bisschen vorsichtiger hier. Guck mal ein bisschen... Oh, Alter! Ah, gut, die Seitenlage ist natürlich genial, denn die hier. Vielen Dank.